So, hi Leute, da sind wir wieder, nach einem kleinen Absturz. Und, äh, ja. Wir fangen jetzt hier nochmal an. Vor 12 Stunden. Kommen ja meine kleine Direktorin. Ja, ja, ist mir klar. So, jetzt müssen wir noch hier rüber. So, ich hoffe, das kackt mir jetzt nicht wieder ab. Ansonsten gibt es einen Fehler im Spiel. Das wäre doof. So, moin Jungs. So, da kommen die Erinnerungsgegner. Eine neue Combo ist im Combo-Lack verfügbar. So, schauen wir mal, ob sie diesmal da ist. Nein, natürlich nicht. Wenn wir das Spiel jetzt wieder abkackt. Ha, jetzt ist sie da. Wollt ihr mich verarschen? Ein paar Kicks, ein paar Bungees. Peace. Nee, komm, hör mir auf. Autsch. So, komm mal, dein Schild weg. Erinnerungssoldaten. Ich muss den Fokus-Balken fällen. Ich... Ich darf keine Fokus-Anzeigen benutzen, oder was? Das ist doof. Oh, okay. So. Seit wann ist eine Remini-Szene feindselig? Edge, hier geht etwas ganz komisches ab. Edge, können dir nicht helfen, Spatz. Das Spiel hat begonnen. Und ich bin dran. Okay, wir haben ein Problem. Egal. Sie hat uns einen Aufzug freigemacht. Ist das bestimmt voll lieb. Nillen, Nillen, meine unbändige kleine Spitzmaus. Du bist zurück? Ich bin geschmeichelt. Warum so aufgebracht, Schatz? Lassen wir die dummen Spielchen. Komm, ich warte. Ich komme gleich, ich bin gleich da. Dann klickst du aufs Maul. Hoffe ich. Oh, da ist sie ja. Erinnerungs-Backup-Szene. Nillen, hast du mich vermisst? Nicht schlecht. Eine eingeklinkte Reminiszien. Wusste ich's doch, dass dir das gefällt. Ich will mein Gedächtnis zurück. Alles ist hier. Du brauchst nur zu schauen. Ihre Spielchen machen mir keine Angst, Madame. Bald, meine Kleine. Sehr bald. Jetzt fasert sie mich in irgendeiner Erinnerung. In irgendeiner gezwungenen Reminiszien. Das muss ich gegen sie kämpfen bestimmt. Hoffentlich. Ho. Amelior Unit, Trauma Room, Unit A. Ähm. Okay. Hübsche Einrichtung. Wo bin ich hier? Ho. Okay. Kann ich an den Streifen lang klettern? Nein. Hopp. Okay. So. Das war klar. Da hab ich mit gerechnet. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde? Du hast nichts gelernt, während du weg warst. Meinst du? Schau mal, ich... Ah, ich hab nicht genug Fokus. Okay. Komm. Nee, eigentlich keine Lust. Weil ich mein, ich warte nie so gläubig, ne? Gehorche! Wo ist sie denn? Ich will ja was zum Platz klatschen. Ah, da oben. Jetzt kommst du jetzt in den Raser rein. Jetzt kriegt sie was. Au. Ey. Dein Widerstand begeistert mich, Schatz. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön. Ich find das auch super. Ich find's nicht gut mit ihr zu spielen. Schummist. Glaube ich. Ich muss sie erst die Typen vermöbeln, bis sie sich dann fokussiert. Äh, hat sie realisiert. Nein, so einfach geht's nicht. Ah, ihr Jungs. So. Ich geh mal ein bisschen Raser rein. Ist okay. Bekämpfe nicht, die Lust, mich anzuwählen. Ist sie jetzt schon wieder hin? Also die Frau macht mich auch verrückt. Ich hätt jetzt lieber Lust auf eine Runde, mach mal. Schön, dich wiederzusehen. Höp. So. Das schaffst du nicht. Wie? Wisst ihr was? Vielleicht hilft hier das Sensen-Dos. Ah, Tatsache, es hilft. Und Rasserei. Komm. Das geben wir hier. Okay. Jetzt müssen wir wieder unser DOS aufladen. Bands. So einfach kriegst du mich nicht. Heilung und Verkürzung, ne? Das ist das Wichtigste, was man braucht. Ist ja auch nervig hier. Ich hoffe, ich habe eine zweite Hälfte, das macht mich noch besser. Das schaffst du nicht. Doch, doch. So, Sensen-Dos. Genug davon. Du besiegst mich nicht. Meiße. Hey, folge mal. Schummel. Mal wieder. Ich fühle mal. Lauf, Liebling. Lauf. Oh, hi? Achso. Ah. Autsch. Schön, dich wiederzusehen. Ey, du schummelst. So einfach kriegst du mich nicht. Okay. Habe ich gemerkt? Ach, vor mir. Also das ist schon wieder eine sehr nervige Kampf, so, oder? Nein, so einfach geht's nicht. Oh, und sie bombt wieder ein bisschen. Ja, und wir müssen ja einfach noch ein bisschen überleben. Valerie, Valerant. Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Nö, keine Sorge, wird nicht passieren. Achso, das mit dem Anbeten der Fahrt, ne? Ah, da ist er nicht. So. Und jetzt. Bist du gelandet? Komm. Und jetzt. So vor allem langsam wird's eintönig, Schätzchen. Die Frau regt mich auch. So einfach kriegst du mich nicht. Vor allem, es zieht sich. Es zieht sich extrem, dieser Kampfhund. Und wie soll ich das machen, wenn's nicht bereit ist? Nein, so einfach geht's nicht. Was meinst du, was ich hier macht? Spiel. Oh. Naja. Sehr gut. Das schaffst du nicht. Wie? La la la. Sehr unterhaltsam. Also die Boss-Fights sind dadurch dominiert, dass die Bosse einfach viel zu viel AP haben. Man selber... Bekämpfe nicht die Lust, mich anzubeten. Oh hey, apropos anbeten. Schaut mal eine kleine Anbetung. Ah, jetzt wissen wir wieder 100 Jahre was. Das macht einen Spaß gerade. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ich freu mich auch. Ich freu mich so sehr. Ey, jetzt schickt mir Gegner. So einfach kriegst du mich nicht. So einfach kriegst du mich nicht. Ja, das merke ich schon. Falla weh, falla weh, falla weh. Ein unterhaltsamer Kampf. Hurra. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier erzählen soll. In der Zeit. Das ist nämlich ein Benebel. Du schickst mir jetzt einen Vergegner irgendwo an. Ja. Ja, genau. Das schickt mir nicht. So, damit hätten wir das. Die erste Hälfte des Kampfes ist Ruhm. Und jetzt? Jetzt stehen wir an der Wand.